Was ist denn, Miriam? Es dauert ja weit zu lang. Scheiße. Scheiße. Alle Sachen haben wir näher. Wir bedanken uns bei der Postdown Tisch für die Nominierung. Und wie ihr es gesehen habt, wir sind Wind- und Wetterfest an ein paar Ebenplätze dabei. Ja, und jetzt sind wir heute angekommen. Noch dazu möchte ich noch etwas sagen, unsere Piri-Tag-Tour ist eine Vereins-Tour. Und da möchte ich jetzt alle ersuchen, dass wir eh sehr unter uns bleiben und keine Auswächte mitgehen, weil das einfach ein Verein ist und eine geschlossene Gesellschaft. Wir haben ja ein Lappiaus, haben wir das Ganze reserviert. Und das ist nur für uns und da haben wir schon gewisse Leute, die nicht den Platz haben. Ja, und bei den vierzelten Leuten möchte ich mich bedanken für den herzlichen Empfang. Nominieren möchte ich natürlich auch wieder wählen, weil es muss ja weitergehen. Und da hätten wir mal die Berchten-Gruppen von Neukirchen bei Altmünster. Dann natürlich den Herrn Gaube Rudi von Obervorgau mit seinem Endi Anerdorf. Ja, meine Damen und Herren von Bierzeiten, Bierzeitenkameraden, es müsst ihr auch mal hier dran glauben. Wenn nicht, oft freuen wir uns auf eine Kugel hin und einen Liter Bier vor allem. So, auf geht's! Ja, ich habe einen Kugel! Ich habe einen Kugel! Woh! Wie ist es, die Gugel! Ja, ich bin jetzt! Ja Ja Das ist schön! Ich bin jetzt der Kugel! Musik Das wäre du eigentlich gern. Der ist gut zu retten, Tom, für dich. Seh du, seh du. Das sind Wetterflügel! Das sind Wetterflügel! Oh! Nein, nein, nein! Das ist ein Verblügel! Warte, wir haben noch was! Ich tauche noch mal rum! Schmeiß dich! Schmeiß dich! Wo steh du mich? Du bist vorspüllen! Ich habe noch mal so den Hauch! Ich habe noch keine Ahnung! Wo sitzt du da? Nein! Das ist ein Zweig-Hunde! Das hat doch geschmeckt! Hallo! Wenn ich liegen muss, den Regenschirm in der Hand, aus der Leer wird es in Träumen aus der Alarm! Lebt wohl ihr Freunde all, wenn ich euch immer seh, die Hucke-Wirze brengt den Ohren ausseh! Ich tu dir Freunde all, wenn ich euch immer seh, die Hucke-Wirze brengt den Ohren ausseh! Juhu! 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 Oh, ey! Boah! Wie braucht es alles?